Dein Auftritt war fulminant, du hast die Halle zum Beben gebracht, das Publikum hat dich geliebt. Was war das für ein Gefühl? Es war ein unfassbar schönes Gefühl vor allem im Moment. Für die Voting wissen wir, ist ja nicht ganz so gut gelaufen, aber als dann das Publikum Televoting bekannt gegeben wurde und ich dann achte war vom Televoting und dass da hoch zum Platz 24 auf 13 die kommen werden und das Publikum war für mich dann. Also mir hat die einen schönen Applaus gegeben, das war sehr möglich, auch zu wissen, dass ich in den Ärztin im Moment schneide. Das ist die, die mich sehr weitergebracht haben. Wir haben ja gehört, die haben doch Prinzessin der Song Contest genannt. Einen großen Applaus, Prinzessin der Song Contest. Was geht denn durch den Kopf, wenn man auf der Bühne steht und weiß, da schauen wir so viele Menschen auf der Nassen weg. Also man ist schon nervös, aber man freut sich ja schon seit Monaten, seit Wochen, seit Jahren auf diesen Momenten. Und das ist ja ein bisschen Kontrast, das geht jetzt in diese drei Minuten, das ist schon einfach, also das hat zumindest ein unglaublich Spaß, dass ich auch so viel richtig mit dem Kinderstück bekomme. Das hilft einem total, dass du hörst, du mir das hier mit die Kleidchen mit dem Hansen mit und das nimmt dir die Angst, das gibt dir das Adrenalin und das gibt dir die Kraft, und du denkst, das ist alles klar. Und voll vor wie mit Gatsch. Das ist ein Gatsch. Das ist bei uns und das ist ein Teil dieses Wort. Das ist schon gut. Und du kommst, aber es heißt, voll vor wie mit Gatsch. Ja, das ist ein Gatsch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020